Bisschen bewusst, was das ist. Oh, Frobs macht wieder Probleme. Aua, du hast ihn in meine Hoten getroffen. Endlich! Dann schauen wir mal. Nur Schrott. Nasalhelm. Da hat es gute Schwerter. Dann tauschen wir die guten Schwerter mit den schlechten aus. Dann haben wir noch mehr Schwerter. Und den Rest brauchen wir nicht. So, okay, haben wir das auch mal befreit. Speichern als Regierhelfen. So. Und Bruchersstufe 6. Bruchern. Du bist der Bruchern, he? Bist du der Bruchern? Was machst du, he? Was hast du für Besonderheiten? Hast du die Besonderheiten beim Kampf? Dann machst du die Besonderheiten hier auch beim Kampf. Lösegeldvermittler. Nein, die haben wir hier gar keine Rolle. Ja. Buchhändler. Ähm, das müssen wir beim Ding machen, die haben nämlich kein Geld. Beim Warenhändler könnten wir mal ein paar Sachen verkaufen, aber die sind alle nichts wert. Ach, egal, wir verkaufen einfach. Wir schauen doch nicht auf die Preise. So. Bullshit verkaufen. Und dann Blot kaufen. Das gute Abendbrot. So. Ah ja. Wir müssen noch das Getreide kaufen. So. Sonst nichts gescheites. Also, gehen wir nach Rivadin. Zum Gelage. Okay. Okay, einen neuen Marschall. Kabel. Kenn ich jetzt nicht. Haben wir den schon mal getroffen. Okay, der Marschall war wahrscheinlich zu inaktiv. Dann wurde er wieder rausgeworfen. In Burkiriba wurde eine feindliche Patrouille entdeckt. Okay. So, Rivadin. Ich muss zu dir gehen. Ich weiß noch, ich hatte mal ein Video aufgenommen, als ich Rivadin erobert habe, als mein eigenes Königreich angefangen habe. Und da war... Das war schlimm. Alle... Alle waren plötzlich Feinde von mir. Und ich hatte alles... verloren. Aber am Schluss hatte ich ein riesen Reich hier. Also. Done. So. Es ist kein Gelage mehr. So ein Scheiss. Wirktige Dichte. Keine. Hm. Jetzt hat Vibs wieder ein bisschen Problemchen. Geht zur Burg. Marmon. Marmon. Ja, Rolek. Marmon. Ja, Rolek. Also, schade, dass kein Turnier stattfindet. Vielleicht müssen wir nur kurz ein bisschen warten. Es ist jetzt plötzlich so schnell wieder. Machen die Sklaven so viel aus. Das war ein kurzes Gelage. Hatte ich nicht mal Zeit kurz. Der Waffenstillstand. Oh nein, jetzt haben wir dann Krieg mit Swadien oder was? Oh mein Gott. Befördern. So. Jetzt schauen wir kurz neben da. Wir haben noch das Getreide. Waren. Getreide. Kein Getreide. Dann gehen wir mal von Dorf zu Dorf. Ja, dann machen wir eine Botenstation. Wir haben genug Geld eigentlich jetzt. Ja, wäre das eigentlich das Beste für unser Dorf. Auch wenn es wahrscheinlich nicht zu viel bringt. Oder sollen wir lieber ein Getreide-Ding machen, wie das heisst. Seher, was macht ihr hier? Tundra-Banditen. Schenke. Schauen wir mal. Der Schenke ist nichts Gescheites. Das sind keine gute Waffen, Waren, auch nichts. Wo, wo sind die Getreide, wenn man sie mal braucht? Ja, lieber Ruckel. So, wir müssen die Getreide suchen. Das Lager. Da ist es. Und jetzt greifen wir es an. Wir gehen hier zuerst dorthin. Die meisten auch dorthin gehen, weil die am nächsten sind. Und machen dann, gehen wir dann so rüber. Wir halten halt am meisten aus, dann sollten wir schon die ersten sein, aber nicht alle Pfeilen direkt abfangen oder so. Du hast deine Deckung zu früh aufgegeben. 1 an die Birne, Bala, Bala, Butsch. Du bist scheiße, geh weg. Ihr könnt nix. Oh, fett an den Kopf geschlagen. Hör auf, mit Steinen zu werfen. Das machen nicht mal Demonstranten. Ihr seid so scheiße. Gebt es zu. Hey, lass den in Ruhe. Genau, voll in den Face. Gut, dann ist da unten noch, sind noch mehrere. Wie man, wie wir aussehen, wenn wir die Angst auf der Seite haben. Hier. Okay. Das ging jetzt einfach. Dann schauen wir mal, was wir hier so für Sachen haben. Ja, eins der Sachen. Würste, ja. Sankt Galler Bratwürstchen. Oder bayerischen Weisswürstchen. Machen wir die Würstchen hier hin. Gute Würstchen. Da haben wir das auch. So, jetzt, wo wollen wir Getreide herhaben? Da müssen wir fast schon ins Grüne gehen. Weil dort ja auch Weizen machst. Nicht Angriffspakt. Oh, cool. Zwischen Rotog und Bagir. So, hoffentlich ist unser Dorf dann bald besser. Wieder geflickt worden. Böse, böse Nords. Ich hab euch gar nicht gern. Ich mag euch nicht. Ich mag nur die Huska als Truppe. Sonst mag ich euch gar nicht. Das ist immer das Land, das Reich, das am meisten Krieg macht. Und auch am schnellsten erobert. Früher hatte ich Nords gerne, aber das ist keine Herausforderung mehr, wenn man für die Nords kämpft. Weil es natürlich extrem überlegend ist, weil den Autoschlachtern, die nahe kämpfen, wenn wir die Besseren sind. Und dadurch auch besser beurteilt werden und so. Also, wenn ihr es leicht wollt, dann nehmt die Nords. Wenn ihr es nicht leicht wollt, kämpft es gegen die Nords. Oh, ich kann das Let's Play so extrem lang machen. Oh, Bauersfrauen. Okay, nehmen wir die Bounce, Bounce Frauen. Lassen wir uns die, schauen wir einfach zu. Wir brauchen momentan kein S-Case. Das S-Case müssen wir momentan nicht so dringend erhöhen. Die Truppen brauchen Erfahrung und bessere Ausrüstung und so. Okay, das ist ein leichter Kampf. Und schon fertig. Er ist getötet, einer verwundet. So, die Frauen nehmen wir mit. Die Seereber, der Seereber. Ja, nehmen wir auch mit. Eine ist noch nicht so schlimm. Eine ist noch nicht so schlimm.